In den sozialen Netzwerken kursieren zahlreiche Fotos aus der Stadt unter Quarantäne. Wohl erledigt die Löwen, fühlen sich an Stränden sauvoll, sie dienen der Natur mehr freie und kalt simvoll. Laut Medienverdichten kommen seltsame Geschichten, laut Medienverdichten selbstgesehen eine Mächte. In Lenin-Mausoleum hat Lenin sich bewegt, erst kurz aufgestanden hat ich wieder hingelegt. Laut Medienverdichten kommen seltsame Geschichten, laut Medienverdichten selbstgesehen eine Mächte. Wir können es nicht tarnen, nicht vorhersehen. Vielleicht in ein paar Tagen wird Lenin aufgestehen, mit Möwen und Delfinen eine Runde drehen. Corona-Kommunismus wird entstehen, auch laut Medienverdichten. Kommen seltsame Geschichten, laut Medienverdichten selbstgesehen eine Mächte. Die Kommunismus wird entstehen, auch laut Medienverdichten vom Beispiel Fluss-Lärm der Samen, die ZD-Lärm der Samen verlehen. Die Kommunismus wird erholt, als sie in der Karst. Die Kommunismus wird erholt. Die Kommunismus wird erholt. Komunismus, okay. Aber nie wir in Russland.